Und jup, heute wieder Leatherface, weil muss ja meine tollen Opfergaben loswerden, weil es gibt ja noch immer doppelt Blutpunkte. Also, noch einmal Boba. Ja, was soll ich sagen? Dritte Runde, drittes Mal. Mal schauen, wie es läuft. Zweite Runde war ja super. Mal schauen, ob die dritte auch so gut läuft. Los geht's. Okay, mein drittes Mal Leatherface, Boba. Da vorne sind alle vier. Okay, dann hier lang. Keine Ahnung, wie es laufen wird. Ihr kennt's. Also, es spielt's noch nicht so lang. Ich hab relativ wenig Burks, also wird's meistens im Chaos enden. Aber es macht Laune. Also, sehen wir. Hallo. Nummer una. Ey, ja nicht. Habt euch hoch. Von drauf drücken, voll daneben geklickt. Häng mal ein Röhnchen hier ab. Da hinten. Eins, zwei. Ich seh nur zwei. Das heißt, die Nummer drei ist hier. Ja, du bist hier schön dabei. Ja, 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 ja. Komm. Juhu. Ich rieche dich. Mehr oder weniger. Au. Erwischt. Ah. Wo bist du? Wo kannst du nur stecken? Wo bist du denn nur hin? Ah, du hast das jetzt nicht gesehen, oder? Du hast hier drinnen nicht mein Feuertotem gesehen. Also, sorry, Leute. Aber hey. Wer so dreist ist, der muss eine kassieren. Ja. Ich bringe sie mit Absicht ein bisschen weiter weg. Ich weiß, das ist jetzt ein Risiko. Aber vielleicht vergisst die, dass ich vielleicht mal ein Feuertotem gesehen habe. Eins. Ich habe nur einen gesehen. Das ist eher schlecht. Aber nun gut. Da sehe ich Marx. Die gingen aber hier rein. Ja, renn mal bitte in die Richtung. Ich muss nachschauen, ob die mein Totem macht. Das ist nämlich echt uncool, wenn die mir mein Totem machen würde. Also, warte. Ich hänge dich schnell auf, dann schaue ich nach. So. Ganz, ganz schnell. Komm, 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 komm. Wo ist denn der Haken? Da. Da ist der Haken. Komm, komm, komm. So. Und jetzt muss ich ducken. Die rennt da, da, da. Okay. Da ist aber eine neben meinem Feuertotem. Das finde ich eher uncool. Da rum. Das finde ich echt uncool, Mensch. Mädchen. Das ist keine Hilfe. Aber die Palette gezogen, das ist schon mal ein Vorteil für mich. Jetzt rennt sie logischerweise weg. Was mir recht ist, weil dadurch, dass jetzt hier die Palette fehlt, wird das nicht so leicht werden, dass sie hier mir mein Ding kaputt macht. Und mehr mein Totem kaputt macht. Ah, komm her. Das Problem ist, ich traue mich noch immer nicht so viel mit der Kettensäge machen, obwohl die Kettensäge echt gut ist. Aber ich komme damit einfach noch nicht klar. Also, das Play, was sie halt jetzt hier veranstaltet, ist nicht unbedingt so gut für sie, weil sie macht alle Paletten weg. Ah, wie der Dead Hard. Ah, jetzt wird es langsam, das Spiel wird jetzt langsam eher uncool. Sie rennt aber dorthin, wo keine Palette mehr ist. Das ist, was für mich ein positiver Aspekt ist. Mei. Das ist aber knapp gewesen. Ja, ja, hast du gedacht, hä? Aber ausgespielt. So. Jetzt einmal aufhängen. Du hängst aber dann schon das zweite Mal, Mädel. Hä? Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen hier. Das ist nicht so geil. Da kommt einer, die was mir den Weg leuchtet. Wo leuchtest du mit dem Weg? Du bist doch noch hier. Da ist sie. Hallo, Leuchtchen. Schön, dich kennen zu lernen. Ich bin Leatherface. Komm. Ah, jetzt haben sie meinen Ruin doch kaputt gemacht. Scheiße. Das ist jetzt doch ein bisschen uncool geworden. Da. Also. Du hast zwar eindeutig Ding drinnen, dass ich dich nicht höre. Oder schlechter höre. Aber hey. Oh. Da war der eine ja schon. So. Kurz mal hinhängen hier. Einer da. Sonst sehe ich keinen. Das heißt, in der Nähe. Der ist noch nicht im Betrieb. Der ist ja schon im Betrieb. Ah, die drei da hinten würde ich echt gern behalten. Die sind geil. Der läuft noch nicht. Der ist auch noch nicht dabei. Ja, das war mir jetzt klar, dass ihr die rettet. Ich will nur schauen, ob die Generatoren schon laufen. Der ist schon angerannt. Da hinten. Soll ich mich auf das Spiel einlassen? Ah. Dann lasse ich mich halt auf das Spiel ein. So. Ja, das war jetzt zu erwarten, dass das passiert. Uh, das war aber ein anderer, als ich erwartet hatte. Oder? Nee, nee. Eins, zwei. Nehmen wir dich da links. Du stehst mir ziemlich am Eck. Das könnte recht gut sein. Hat dich. Äh, da. Das ist natürlich die Frage, die nächste, ob sie mein Nö, ob sie im Endeffekt schon alle Totems kaputt gemacht haben oder nur ein paar. Also wenn eins noch lebt, dann hätte ich wenigstens Nöt noch. Der geht jetzt sicher da rüber. Die Alte befreien. Servus. Ja. Das dachte ich mir. Du hast aber ein großes Problem, Mäder. So gut wie alle Balletten sind weg. Also viele Balletten hast du nicht mehr zum Spielen. Nee, nee, nee. Da geh ich jetzt, äh, da geh ich jetzt dann mit, weil ich brauch den Kill. Fuck. Ich muss jetzt ein bisschen auf meinen Nöt vertrauen. Oh, ich hab jetzt noch vorher zugeschlagen, aber dass sie die Palette ziehen darf, während ich drinstehe, ist halt schon. Oh, ich hab jetzt hier. Oh. Oh. Wo bist du? Ah, häng mal dich trotzdem auf. Komm. Eins, zwei. Der dritte ist sicher da drüben. Ah, du kannst rennen. Ah. Da sind zwei tot. So. Der ist leer. Sehe ich die andere? Da drüben sehe ich sie. Da drüben. Da drüben könnte die Dings sein. Ich will jetzt natürlich nicht so blöd da rumlaufen. Ich habe schon drei Kills. Also von mir aus kann die auch fliehen. Okay, ich hatte zwei Kills. Ihr flieht in die falsche Richtung, Jungs und Medals. Ja, sorry. Du bist jetzt da sozusagen mein einziges Ziel. Also da gibt es jetzt keine Freundschaft mehr. Ah, sie muss in der Nähe sein. Okay, sie war hier. Ich sehe Blut. Ich sehe dich. Und ich habe dich. Sorry, aber ich brauche die Blutpunkte. Darum hängt ihr. Und tschüss. Ah. Das dritte Mal Boba. Hm. Gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, er ist nicht unbedingt mein Fall. Aber er ist okay. Aber hey, ich habe alle erwischt. Besser als wie beim ersten Mal. Ah, mal schauen wie sie sind. Also wie sie waren. Oh, aufgelabelt auf 9. Ah ja. Muss sagen, war doch gar nicht so schlecht. Und sie haben ja gar nicht so schlecht gespielt. Also war ja Kussling. Ich denke, ich war auch relativ fair. Also sollte es passen.